Hi! Tag! Es geht zum Videoday nach Babelsberg. Videoday Berlin. In Babelsberg! Aber Berlin. Mit Anhang. Wir baden heute in Chicken Wings. Abonniert seinen scheiß Kanal. Oh mein Gott. Und das ist Sido, den haben wir mal mitgenommen. Für den Notfall. Du solltest mir jemanden besorgen, der mehr Rap macht. Keinen Rap. Ja, entschuldige. Hab ich mich wohl verhört. Wir gehen rein und das da im Hintergrund ist übrigens der Babelsberg. Das läuft doch wohl selber nicht. Alle freuen sich. Und das, liebe Kinder, macht's mal nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir freuen uns gleich, weil es geht gleich los. Haben wir im selben Auto? Ich glaube schon. Ohhhh. Ich war grad voll so nicht da. Aber jetzt nicht da. Jetzt geht los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da hinten wird schon gevloggt. Ohhhh. Ohhhh. Da. Hey VideoDays. Ohhhh. Mann, ist hier was los? Komm hier. Das ist diesjährige... VideoDays T-Shirt. Oh mein Gott. Eat Sleep VideoDays Repeat. Wählen Sie hier dieses Shirt. Yeah. Bestellen Sie jetzt. Das kann man hier sogar direkt im Merch Shop kaufen. Yeah. Oh mein Gott Sally. Ja. Wie viel sind noch verfügbar? Ach. Kaum. Die gehen weg, wenn die warmen Semmeln. Hallo Griechen. Schön, dass ihr da seid. Masterjam. Hi. Zeklavinova. Martin. Tag. Wie ist die Lage? Äh, entspannt. Noch. Aber wenn es dann gleich losgeht, ich weiß wieder genau, dass wir fünf Minuten vorgehen sollen. Ja. Ich denke, ich bin ja Gott sei Dank. Gott sei Dank stehe ich nicht auf einer Bühne, muss singen. Nee. Ich hätte so tierische Angst den Text zu vergessen. Nein, den kann ich nicht mehr vergessen. Ich hab das auch beim Einsingen schon mit Griechen 500.000 Mal und mit Griechen. YouTuber-Rap ist doch ein einfacher Text. Geht euch so locker flockig. Ja genau. 150 YouTuber-Namen in unter zwei Minuten. Woll ich auch grad sagen. Das kriegt er doch locker hin. Ich glaube, meiner ist auch dabei, oder? Ja. Tatsächlich. Und der auch. Der ist auch dabei. Ja, ich auch. Du auch dabei. Ja genau. Nein, ich hab ja gestern reingehört. Es wird auf jeden Fall mega cool, mega lustig. Also ich hab hier schon mal die Kostüme für unsere Songs zurechtgelegt. Nein. Doch. Das ist deins. Achso. Ach das. Für Shitschnacker. Das ist cool. Ja ne, das ist cool. Yeah! Warte mal, ich höre jetzt ruhig. Ich höre. Na toll. Ey, wenn sie da weitergerutscht wär, das wär cool gewesen. Was macht ihr da? Ähm, 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 ähm. Wie geht's nicht zu sehen? Okay. Das klingt lautwürdig. Ihr Nachname ist sehr kompliziert, deswegen verschichten wir heute auf dich. Geht noch ein bisschen lauter. Mach' einen schönen Einstand für die Dame! Wuhuuu! Wuhuuu! Also heute ist nämlich der, äh, äh, Auftrittstag. Morgen ist, äh, Community. Wir sind jetzt im Dunkeln und haben uns hinter das Publikum geschlicht. Man sieht uns nicht. Das hier ist übrigens, äh, unsere Garderobe, wo nur die Leute reinkommen, die auch da draufstehen. Natürlich. Oh. 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 Ja. Du hast die Haare blau. Du hast die Haare blau. Du hast, du hast, du hast die Haare blau. Oh. 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 Oh, die Sarah ist da. Hallo. Kann ich sehen. Es ist so sonnig. Guck mal, komm, bis Sarah da geht die Sonne auf. Oh. Hier ist, äh, der Producer hier. Hi! Ich bin Flo, der Producer und das ist meine Crew. Er macht die Beats, man. 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 Ohne mach ich alles. Aber ehrlich, so zusammen sind wir richtig... David Schulz. Auf euch, Leute! Auf euch, Leute! Vor allem auch nicht. Oh, es geht jetzt auf die Bühne! Oh Gott! Da-da-da! Da-da-da! Aha, es ist zu dunkel, glaub ich. Ist egal. Es ist nicht so dunkel. Ich hab Nachtsicht. Ah, wie gut ist das denn? Richtig cool. Guck mal, wer hier ist. Melissa moderiert hier. Operiert hier. Operiert hier auch. Melissa operiert hier. Weiß es. Unfälle. Ich fand das alles kawaii. Ah! Nehmen wir die vorne oder die Rückseite. Hey, Tabis. Wusste ich. Aber es ist perfekt. Ich bin schon den Halloween-Stimmen. Ja. Ja. Stimmt. So, wollen wir mal auftreten jetzt? Kabu! Tabi, Nova, Jeff. Let's play! Like und abonnier! YouTuber! Super! Das war schon unser Auftritt. Hast du da einfach einen Rot drin? Jawoll, na ja. Die Futures machen sich bereit. Oh, guck mal, wie sie sich freut, dass da ein Nightshot ist. Nein, der hat ein paar verpackt gerade. Geil, und ich hab's live auf Video. Ich hab live auf Video, wie es ihn geschlagen hat. Mann! Ich hoffe, man hört was. Nein, man hört nichts. Cool. So hört man was. Es ist Hure Bild, Schattenschwanz im Haus. Ja, so hört man was. Der Jörg ist auch da und er hat jetzt einen Bart. Ja, der hat jetzt einen Bart, genau. Hast du denn da gewonnen? Ha? Geil! Wow, yeah! Glückwunsch! Der Chef, der Chef hat unser Lied gehört. Ja, und es war sehr schön. So schön, ich wusste weinen. Batman, das ist Batman übrigens. Ich seh die Kamera, Ronny. Batman, Batgirl und äh, sie hat einen Ohrwurm. Ja. Ja, wovon denn? Lava, Lava, süß, süß. So. Jo, Lala, was geht? Und wieder ein Vlog mit dem Video. Rishi. Ja, wir sind jetzt... Rishi. Wir gucken uns ein bisschen den Babelsberg hier an. Oh, was ist das? Das ist der Babelsberg. Aber ist kein Berg, kein echter Berg. Film-Set-Berg ist das ein. Film-Set. Wir warten auf Utah. Future! Future! You8! This is the We equilibrium. Jaaa, das wird genau voll geil! War geil! Geil! Ja! War geil! War geil! Oh man! Hier, das ist übrigens die Spielverderbung hier. Aber die sympathischste Spielverderbung, die ich jemals gesehen habe. Was geht? Was geht? Die geilste Show hat heute nie so gemacht. Die geilste Show? Die hat so ne geile Show heute gemacht. Alter, das hättet ihr sehen sollen. Ich habe leider nicht aufgenommen. Und alle sind mitgegangen. Oh, naja. Das Licht geht an. Wir gehen auf. Es gibt hier nichts zu sehen. Hier ist doch Caro. Caro! Caro! Mach Show! Das ist die Videodays Crew. Das war's. Videodays Show-Ad. Morgen ist hier Meet & Greet. Dann machen wir Autogramme und so. Und das seht ihr dann auch in einem Vlog. Hier könnt ihr alle Community-Day-Videos sehen. Und hier könnt ihr überhaupt sehen, wer ich überhaupt bin. Falls ihr das gar nicht wisst. Und ähm... Achso! Shit-Schnacka! Das Lied Shit-Schnacka, das Video, falls ihr das noch nicht gesehen habt, solltet ihr unbedingt hier gucken. Bis dann! Einer Knall. Ja, dasmm絕t. Vielen Dank! Vielen Dank.